hallo youtube ja ich bin es mal wieder mit einem ja mit einem anliegen oder besser gesagt mit einem neuen video und zwar habe ich also ich habe gesagt eine gute und schlechte nachricht die gute ich werde was verkaufen mit dem ich jetzt gerade filme und so und die schlechte mal roller spinnt und zwar wenn ich den also zündung an mache dann geht die taube leuchtung alles ganz normal kennt ihr ja schon von den anderen videos aber dann wenn man genau betrachtet zumindest die blinker dann ist das so also die die linke blinker die linke seite von den blinkern leuchtet auch ganz schwach auf komischerweise und nach links blinken geht nicht ich kann nur nach rechts blinken und wenn er jetzt nach links blinken will dann geht das irgendwie nicht liegt denke ich mal am schalter ich wege das ich habe da schon was bestellt neuen schalter und ja jetzt kommt die gute nachricht und zwar haben wir heute einen neu ankommenden zu begrüßen und das ist auch gleichzeitig ein hier in diesem video und zwar brauche ich dazu das hier und zu dem messer gesetzt sich natürlich das hier ich werde das jetzt zum ersten mal aufmachen könnte erkennen dass noch nicht geöffnet oder so noch gar nicht nur ist noch gut verschlossen wenn das mal scharf stellen würde dieser kack hier ich werde das jetzt wie gesagt zum ersten mal öffnen hier könnt ihr die das hier sind die ganzen daten die ich euch zeigen kann mit super amoled mit front led und einem power mode ein ultra power mode saving mode und das will ich jetzt mit euch zusammen am wachsen also auspacken das erste mal ich mache wie gesagt das erste mal das siegel jetzt auf das erste mal dass ich das hier überhaupt aufmachen ich weiß das habe ich schon gesagt ich bin so aufgeregt da haben wir es das ist es ich denke mal auch der übliche klein kram so wie hier die anleitung quick start guide und so was er kann er braucht also ich lese mir sowas nicht durch nur dann haben wir hier ein klassisches headset ganz klassisch ich dachte auch dass bei dieser in ihr kopfhörer sind sie nicht dann haben wir hier datenkabel dann haben wir hier logischerweise hier den micro usb diesen lader hier hat kabel und natürlich wir können es anders sein den akku mit 2.600 milliampere ähm warte warte mit 2000 ich packe mal aus warte mal ach dreckig ich packe den jetzt mal aus der hat 2600 milliampere das telefon auspacken ganz schön ganz schöner klopper alter alter ne so geil ohne scheiß hier ist hier noch so folie drum die mache ich mal gerade ab also dass diese folie mache ich gerade mal ab sekunde und wer jetzt mein ähm altes smartphone haben möchte das verkaufe ich bei ebay kleinanzeigen oder so weil das in letzter zeit ähm irgendwie rumspinnt oder so und dann habe ich das mal auf gesagt gemacht jetzt geht alles wieder wunderbar aber trotzdem na das gefällt mir nicht mehr na weil das ist doch manchmal im betrieb recht langsam und bildschirm ist zu dunkel und so und also was ne das ist dann auch nicht gut finde ich also finde ich das ist mein eindruck na ja das ist wie gesagt mein eindruck den ich habe von diesem s4 mini und wie gesagt das würde ich verkaufen ja so habe ich jetzt alles nein da unten ist noch was moment dann ist hier hinten folie folie und hier vorne na ja ha ich glaube das behalte ich hä hä häh geil na ist das rieaasig ey geile jetzt legen wir mal den Line Wenn ich doch nur wüsste, wo das geht... Da. Mit Einrichtung oder so mache ich später. Weil ich muss ja von dem Telefon hier noch das alles so zurücksetzen und so und all sowas. So, jetzt kommt der Moment, wo ich das zum ersten Mal anmache. So. Der Sound erfreut man. Das ist so der Wahnsinn. Hammer geil. Ja. Dann richte ich das mal ein. Und sage dann bis gleich. Oder dann halt bis in einem anderen Teil oder so. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht filme ich heute auch schon mit dem J5 von Samsung. Ein zweites Video. Jo. Das war's. Das war mein kleines Unboxing zu dem Galaxy J5. Ja. Ich werde das jetzt noch testen. Einrichten. Ne. Das hier wo ich jetzt mit filme. S4 Mini. Werde ich nach dieser Aufnahme runterfahren. Akku raus. Sim Karte raus. Dann hier die Sim Karte rein. Und da ist einrichten und so weiter. Und ich denke mal. Dass ich heute Abend mit dem hier filmen werde. Und. Also wegen meinem Rollerproblem werde ich mit dem hier filmen. Ne. Auch wieder in HD. Und ja. Ne. Wie gesagt. Mein altes Handy verkaufe ich. Und. Ja. Ja. Wie gesagt. Das war mal ein kleines Unboxing. Ich hoffe es hat euch einigermaßen gefallen. Und. Ja. Dann. Bis. Später. Wegen dem Rollerproblem. Aber. Von dem hier. Von dem J5. Weil ich das filmen. Ne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.